Also, unser Spiel gegen Hertha BSC auswärts. Wie gerade kein einfaches werden. Es sollte uns nicht nur einen Schub geben, sondern wir müssen halt schauen, dass wir wirklich irgendwie noch gute kriegen. Und zu Hause gegen Hertha haben wir nicht gut gespielt. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir je länger jetzt hier rückruh runter geht, irgendwie das Gefühl, wir einfach nur noch stehen kaputt sind. Ich weiß nicht. Wir spielen nicht druckvoll nach vorne, sagen wir nachher? Boah, aber das war jetzt die beste Möglichkeit. Also lautern. Aber, also wenn wir da jetzt wirklich mit Druckstreif spielen, den Hertha BSC, dann frage ich mich, warum wir das vorher nicht gemacht haben. Vermerk. Raus. Neues. Wir achten diesmal darauf, dass wir vielleicht vier Spiele auswechseln und einer noch verhalten, bis sich der Torhüter verletzt. Das ist nicht. Gut. Bet under. Karik. er dabei war es war wie ein riesen angedeckt andreas luther den mann Ja, Kogac mit einer 6-9. Man merkt auch, Kogac jetzt wieder zurück. Genie Prinz Redondo mit einem Allgemeinen wohl besser. Wenn man so einen starken Link-Vereitiger hat. Ich glaube, der war im Absatz. Ich habe erkannt, dass er deutlich im Absatz war. Wie war ich da denn vorher her? Ja, der Linien riecht. Der hat das schon sehen. Hushelf. da ist noch oder muss sehen erst mal habe ich noch schlecht die macht von der innenverteidigung und lute ganz starker einsatz da hat sich hier glaube ich jetzt nicoleus heute verschätzt darf nicht passieren was noch mal wenn graus steht auch sehr weit weg drei also mal die mann auf dann mehr diszipliniert das spiel 10 minuten gespielt, 0-0, aber härtet drückt 2, aber hovnik der andere dadai, oder sind das mehrere, ich weiß jetzt nicht ob der war, der war doch gerade links indirekter freistoß oder soll da, aus dem geht nichts ja, wenn man sich halt mal an die takte halten würde, ne, herrschaften das haben wir ja gesagt, wir wollen in die breite spielen, warum spielen wir den ball so hierarchiein ist ja nicht die breite naja frank kronstadt an der 6-6, naja gut, also ich kann in frank kronstadt jetzt auch keine keine, äh, keine, äh, kein probermal ist halt kein einfacher, keine einfache, kein einfacher probierasch, ne kronstadt kronstadt kraschel von Kaiserslautern hier. Ernst kann den Ball nur abballen lassen. Wir sehen es gleich noch mal. Ranschl bringt den Ball rein, auf Redondo und er zieht ab. Dann wird der Ball vom Innenverteidiger fast ins eigene Tor gelegt. Also das Klicks bleibt dann Vogel. Und die ist auch ein Vogel. Aber wir fangen jetzt an langsam zu spielen. Das ist keine einfache Partie für Andreas Lutre jetzt. Aber diese Partie muss er jetzt auch zeigen, dass er als Backup-Bauhüter auch noch da ist. Ries, Fikarich. Und wir haben darauf gewartet, dass Ragnar Ache endlich wieder trifft. Wenn es nicht mit dem Kopf klappt, dann wenigstens mit dem Fuß. 1-0 Damit hat keiner gerechnet. Das macht jetzt die Hertha. 17 Minuten gespielt. Fabian Ries. Da gibt es Freistoß für Kaiserslautern. 1-0. 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 2-0. 1-0. 1-0. Drei. Noch ein Datei. Also gibt es wirklich zwei Dateis. Habe ich echt richtig gesehen. Raus. Bekarik. Die Hertha muss jetzt auch den Ausgleich spielen. Aber man hat das Gefühl, dass die Hertha Bässe nicht so ruchvoll spielt, wie sie es eigentlich in der ersten Partie gespielt haben. Da ist noch. Also, wie viele Dateis möchte man haben? Parton-Datei, Falcon-Datei, Panzer-Datei. Ich muss jetzt echt sagen, wie viele möchte man da haben? Unglaublich. Gibt es da noch einen? Ich sehe keiner mehr auf der Bauch. Kampf. Ich hoffe nicht. Parton-Datei. Peace. Und Daumenberg. Hat ein bisschen komisch ausgesehen. Gut. Schlägt den Ball weg. Kenny, Prinz, Redondo. Pasch. Yes. Schlecht gespielt von Julian Liniz. Missverständnis zwischen den Ballen. Larik. Und Lute. Er muss den Ball wegboxen. Raka Raka. Er ist vielleicht in den Rücken von Redondo gespielt. Er hat schon geglaubt, dass er den Ball wegbekommt. In dieser Situation kommt auch nichts mehr raus. Raka 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 R es wäre jetzt bitter für Hertha BSC. Und es war kein Abseits, das Tor wurde gegeben. Ja, definitiv kein Abseits. 2-0 für Kaiserslautern. Was geht denn im Berliner? Unglaublich. Es ist dort und führt gegen Hertha 2-0. Damit hat keiner gerechnet. Alle haben damit gerechnet, dass die Hertha hier einen prominenten Auftritt vorlegen wird. Eine desaströse Leistung von Hertha BSC. Hussein. Ries. Ronstadt. Jetzt die Kuh. Frank Ronstadt. Kups rascheln. Merk. K Organization. Ratscheln. Nihes. Soldo. Die erste Halbzeit spricht eindeutig für Kaiserslautern, auch wenn die Pässe teilweise nicht grau sind. Ich glaube, da ist eine gewisse Nervosität schon vorhanden, das merkt man. Ich muss die Ersprung haben. 3 minuten nachspielzeit geben ihnen zu viel raum. wie viel raum sollen wir jetzt noch geben? zum tieferstehen oder was? wir können tieferstehen mehr geht nicht also die Härte muss liefern und die nächste kontermöglichkeit überraschen Frank Ronstadt mit dem freistoß starker freistoß bis jetzt kann man zufrieden sein, auch wenn Frank Ronstadt eine 6-5er-noten hat, aber dieser freisschuss war schon gut und defensiv solide Ball geht nicht weg und Nicola Soldo! zum 3-0! was zur Hölle passiert wird hier jetzt? das Tor wird gegeben, Kevin Krauss soll im Abseits gewesen sein, Nicola Soldo hat doch das Tor gemacht, oder? also es wird für Nicola Soldo gezählt 3-0 Kaiserslautern! damit habe ich persönlich jetzt nicht gerechnet! unglaublich! unglaublich was da jetzt abgeht in Berlin 47.000 Zuschauer bei der Hertha sehen ein 3-0! Gäste aus Lautaden aus der Pfalz! unglaublich! Fabian Ries! ich glaube der kann es auch nicht so recht glauben, dass der jetzt abgeht! Kaiserslautern aus der Pfalz! und hier wieder viel besser über viel besser bei der Hertha! Kaiserslautern könnte jetzt probieren weiterzukommen, aber das passiert jetzt nicht! die machen es ihnen aber auch sehr schwer! sie sind jetzt kaum Räume zu bekommen! stark von Pukoc! ganz stark von Pukoc! und weil Pukoc eigentlich nur 45 Minuten durchhalten sollte! aber jetzt einmal 60 Minuten spielen! schaut nämlich eher genau danach aus, wie wenn er nämlich durchspielen kann! auf der anderen Datei! bringt den Ball auf den nächsten Datei! und die Balkon-Datei schließt ab! in Datei-Manier! aber wadesabseits! in dieser Situation wird das vorher geklärt! so haben wir gegeben! Hertha BSC verkühlt es ab 1 zu 3! so haben wir gegeben! Hertha BSC verkühlt es ab 1 zu 3! jetzt geht natürlich ein bisschen die Energie auch aus Kaiserslautern! da! ein Kronstadt! er prüft einfach mal ernst! er hat da auch eine starke Pukoc gemacht! nach seiner Verletzung! es gibt die ersten Wechsel! die ersten beiden Wechsel! der Tag nachher wird runtergenommen! der Tor-Schützer! im neuen Spiel kommt Luis Mose! und auch Kenny-Prince Redondo macht Platz für Rich von Deschi! noch? Ok! Rekarik! Elke, Kaiserslautern! Entschuldigung! Elke, Hertha BSC! haben wir eigentlich nur Kaiserslautern gesehen! müssen wir mal muss man mir verzeihen wenn man schon die härte vergisst schöne seiten erregt nun wird zum aufwärmen geschickt erregt nun mit nichts auch mal und ritter arimo und philipp clement und elw die wärmen sich auf fabian reset sich jetzt hier auf der rechten seite lange hohe ball auf greiflerk aber kommt nicht an kevin graus kann lernen und den nächsten wechsel dann elwedi kommt für domiak und strauzimmer übernimmt die position von braunstadt und braunstadt wird aber auf die position von arimo auch noch mal spielpraxis letzten zehn minuten ich denke schon fast ein defensivwechsel nur zwei offensiven die man gebracht haben gut wir müssen auch was für die defensivwechsel tun anstatt kann die bar clear bis ja schau zimmer da muss man schon ein bisschen besser verteidigen 2 zu 3 härter bsc und ja da müssen wir uns jetzt ernsthaft fragen ob es noch sinn macht am schauzimmer bis muss eh gut da war knapp dran bis am nächsten treffer Jetzt sehen wir die Großchance nochmal, aber brauchen wir undizieren. Also Rich Monteschi, noch in die Partie gekommen, kann da was bewirken, raus, ja, das ist zu wenig Bewegung. Schauts immer, Premo, Popoko, Elvedi. Guter Antritt von Zimmer, jetzt gibt es die Kondermöglichkeit, Premiak, ah, zu steil gespielt für Fabian Ries, da kommt er nicht dran. 90 Minuten, 5 Minuten Nachspielzeit, ich glaube die Härte ist die Luft ausgegangen, bin ich sicher. Das ist auch laut dran, die nächste Möglichkeit vielleicht, aber der Ball, das ist alles andere als gut. 3-3, Hussein. Wenn man Harimo heißt, dann erkennt man sich auch den Ball. Ganz tolle Leistung, aber Popoko, was machst du denn da? Ja, das darf doch nicht sein. So einen Pass darf man natürlich spielen, wenn man 3-2 entführt. 3, Hussein. Okay. Jetzt können wir Looter anweisen, das Spiel zu verzögern. Okay. haben zeit immer nochmal wieder die Kontermöglichkeit. Schleckes Spiel von Brevliac. Frank Ronstadt. Also Wahnsinn. Hertha will den Ausgleich, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Kaiserslautern versucht den Ball wegzubekommen. Und jetzt geht der gegnerische Torhüter ebenfalls nach vorne. Sie wollen den Ausgleich. Einwurf Fabian Ries, eine Minute noch zu spielen circa. Ries. Bringt den Ball hinein. Zoldo kann den Ball klären. 95 Minuten vorbei. Eine Aktion noch. Lute klärt den Ball. Hadei. Leisner. Und Ronstadt. Er kämpft nicht den Ball. Ritschmann Teichy. Nies muss eh. Auch Teichy. Nihes. Was? Kaiserslautern holt drei Punkte in Berliner. Bei der Hertha. Im Olympiastadion. Großartige Partie von Kaiserslautern. Damit hat keiner gerechnet. Ebenfalls ein Lob ausgesprochen. Das war sauchstark. Ebenfalls ein Lob ausgesprochen. Das war sauchstark. Unglaubliche Partie. Jetzt gewinnen wir gegen die Hertha. Wer hätte das gedacht. Die Hertha hat in den letzten Spielen nur vier Punkte geholt. Nämlich gegen Holstein Kiel. In Hannover haben Schalke jeweils einen Punkt. In Hannover haben sie verloren. Also großartig. Ganz wichtige drei Punkte für uns. Das könnte nämlich den Klassenerhalt für uns bedeuten. Wir sind jetzt bis auf zwei Punkte an Braunschweig dran. Wenn wir nochmal so eine Partie gewinnen, können sie sogar noch ausreden, an Kräuter führt vorbeizuziehen. Ganz wichtige drei Punkte. Und es gibt nur selbst daran, wie möglich. Baldadei, ah ja, haben sie tatsächlich noch einen vierten Datei, nämlich einen Trainer. Baldadei, unglaublich. Würden sie Nicolas Aldo noch dahinter kommen, natürlich, wenn ich könnte. Also, Badaborn und Elvisberg, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Oh, wir haben den Klassenerhalt, wenn ich mir das jetzt rechne, Wiesbaden, wir haben den Vorsprung auf Wiesbaden, auf 8 Punkte, wir sind definitiv am 1. Wir haben den Klassenerhalt geschafft, das ist fix. Jetzt wäre es aber noch wichtig, dass wir vielleicht noch punkten, dass wir noch hinaufkommen. Also, das nächste Spiel ist am Sonntag zu Hause gegen Badaborn. Das kommt jetzt gut, weil wir haben jetzt dann wenigstens ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und können die Mannschaft wieder vorbereiten auf das nächste Spiel. Dann kriegen wir mal einen Backpauser. Tim und Tiers Bruchacz auch, weil der war ja verletzt. Aber der hat schon viel besser gespielt, gefällt mir. Das ist eine Schrift. Ah, der war ja halt nicht. Das ist auch eine Schrift. Das Sportingbudget ist Null, aber es passt, wir sind nicht ganz in Wir haben unser Scoutingbudget aufgebaut, aber wir haben ein bisschen was üblich gefunden Den scouten wir, warte mal Ah, den will ich nicht Ich glaube, da wird kommt X-Bar raus Also, Baderborn Hat aber eine gute Entwicklung hingelegt, also warten wir mal ab Warten wir mal ab, bis es bei ihm wird Und auch bei Maxim müssen wir uns abwarten, der hat nämlich eine gute Einsätze, oder? Ob das noch geht, ob das noch geht oder nicht So, ich glaube wir sind fertig mit der U19, oder? Also, die Juniorenmeisterschaft im Halbfinale steht an Und das spielt Bayern 04 gegen Union Berlin und Borussia Dortmund gegen Preufe Stuttgart Die Tabelle sieht folgendermaßen aus Stuttgart Ja, ist praktischer Meister, aber das ist noch lange nichts, weil die müssen damit noch ins Finale Die haben sich mit 60 Punkten auf jeden Fall mal Gang 1 gesichert Und wir haben es geschafft, von den Abstiegsringen, also den Klassen her zu sichern Das ist schon mal gut für unsere U19 Das ist wichtig Das heißt, unsere U19 hat, glaube ich, keinen Spieltag mehr Genau Aber das heißt jetzt noch lange nichts Wir gehen jetzt einmal durch Maxim Bruch schauen 25. März Also der hat jetzt nächstes Jahr 2019 Louis Breitenbruch 27. Juli Er verabschiedet sich schon mal von der U19 Louis Breitenbruch darf den Gang in die zweite Mannschaft tragen Rosmane Sanu 27.10. Ich denke für ihn Wäre es auch schon gescheit, wenn er den Gang in die zweite Mannschaft geht Luca Dauer 6. Februar der Handelobstelzeit 1.2 25. Jahrzehnt Auch der darf jetzt in die zweite Mannschaft Dann haben wir den Mert, der ist noch 17 Jahre alt, Mika Hans 11.8. Ab in die zweite Samuel Keller 6.8. In die zweite 2. 5. In die zweite 2. In die zweite 1. In die zweite Um die erste So, wir haben das erledigt, Sadic schauen wir uns auch noch an, Vacevic, Huskovic, Slavski, Paredes, Stanges, Ruben Van Bommel, der Ruben, das ist mit Sicherheit der Bruder von Marc Van Bommel oder so, wie Marc heißt er. So, genau, wenn der Buchhatsch ist wieder, ganz sweet, perfekt, Turm kommt zurück, Vincent Müller 4-5, das geht sich nicht mehr aus, das ist das Saisonende. Schaut sie mal. Das ist eine Zierung, okay. Äh, na, nicht okay. Erik, du meinst besser, okay. Erik, du meinst besser in Ordnung, dann ist okay. Schauen wir uns an. Sascha schauen wir uns an. Das Krautbericht über Praderborn. Wie immer schaue ich mir das Krautbericht zum Schluss an. Praderborn dürfte aber gut in Form sein. Das ist richtig. Jetzt sind wir den nur gewonnen. Wir wollen natürlich hier auch um den Aufstieg mitspielen und plötzlich steht Nürnberg auf Rang 3. Also das wird noch spannend bis zum Schluss. Und Schalke. Oh, da bahnt ich schon aus. Ich glaube, das wird ein Zweikampf zwischen Nürnberg und Praderborn. Und wir könnten hier das Haarkachel werden für Praderborn. Auswärts wird es Praderborn nicht besser haben. Das wird definitiv ein Hexenkessel. So, Yonah, Fabi, Schmack. Also wenn ich noch Geld übrig habe, will ich den nicht. Na, schauen wir mal. Haben wir schon? Haben wir noch nicht. Gut. Kommen wir wahrscheinlich nach dem Elbosberg-Match. So. War er noch verletzt? Oder ist Solder verletzt? Norbenhäuser. Norbenhäuser. Haben wir eigentlich von Nicolas Soula? Monatliche Gebühren zu zahlen Das kapiere ich jetzt nicht ganz, wir zahlen jetzt da irgendwas oder zahlen wir einen fixen Betrag oder wie schaut das da aus? Ich glaube wir zahlen da wohl einen fixen Betrag Martinio erwartet mehr von Dockmark Da kommt leider nichts Schauen wir mal Seine Entwicklung ist da Aber in der Form ist er nicht Ansatzweise Die Frage der Pressekonferenz es geht um nichts des Journalisten Naja, könnte es möglich sein, dass ich die Mannschaft hängen lässt Oh Lupe, bitte 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 nicht Wir haben ein paar Hütter machen dann Bis zum Ende der Saison Die zweite Mannschaft Die Entwicklung bei vielen jungen Spielern Wir müssen dann schauen, wenn die Verträge ausläufen Wer dann in Frage kommt bei uns Für Leiber Für Leiber Für Laie Nehme ich Tari Hier Nur 10 Einsätze Gibt es So Wie schaut es aus mit Fravenhack Ja gut, Fravenhack wird nicht Hier Wird Halt Gibt es Hier 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 1,2 Mio. Minus wäre in Ordnung, also das ist voll in Ordnung, je nachdem was ich die Plötzungsgelektriere machen. Wollen wir noch fragen, wie geht es an? Huch, da kriegen wir nicht viel. Da kriegen wir nicht viel. Da sind da vielleicht 19 Mio. was wir kriegen. Das kann sein, dass ich viel mit Laie auf Freibasis arbeiten muss. Aber wir kriegen ja noch mal plus 2 Mio. die Mitgliederbeiträge. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall sehr gezielt arbeiten. Bei den Spielernverkäufen und was. So, also die letzten beiden Betten wurden gerade im Grunde. A. A. Vielen Dank.